die drüber der wald rechts da ist ein jerrycane drinnen eine einmal kann ich noch weg bringen wo bist du gerade wolf hinter dir ich muss mich lieben ich habe die dmr ja ich muss dich auch tun aber auch den ich bin im bilder noch eine andere waffe talibanskin wenn der level eins von uns läuft gerade nicht ein kopisch rum oder oder die schießt auf mich ist zurück Ja, ich bin tot. Wo bist du denn? Ich war in Lauf, ich war in Koppech. Oh, siehst du? Ah, hier ist doch schon der Weg. Der Kerl muss fast down sein. Geh da einfach hoch. Ich bin jetzt ganz unten am Strand. Wie ist die dann brauchst du noch, genau? Äh, ich versuch jetzt hochzulaufen. Du stehst doch bei der Feuerwehr, gibst uns Rücken und Deckung, ne? Weiß ich? Ne, da steht doch, scheiße, eben noch einer bei der Feuerwehr. Ah, ich steh vorne am Eingang. Gut. Wenn du da weggehst, sag uns Bescheid damit wahr. Du stehst südlich am Eingang, oder was? An dem Torbogen steht er. Und wir stehen an den großen Eingang. Äh, alles klar, weil ich komm jetzt hochgelaufen. Ich lebe Level 2 mit nem Rucksack auf dem Rücken. Also wenn du hier hochgerannt kommst, die Burg ist innen drin safe. Wir stehen an allen Eingängen. Boom. Ich hab mal ne Leiche. Ja, dein Rucksack. Der Rest ist weg. Der Rest ist weg. Ich hab DMR, M9, GPS, ein paar Tools und Light Vision. Das ist toll. Lauf grad hoch. Bei der Mie den Wald hast du gesagt. Wer läuft da drüben im Südosten? Wer braucht hier zum Strand runter? User disconnected from your channel. Ich hab grad nen Zombie-Agro gezogen. Feuerwehr-Kunderteile. Hörst du's? Ja, sogar zwei Zombies. User disconnected from your channel. Mann, sie werden nur die Zombies gespawnt, Alter. Wer ist an dem Strand in der Tanne? Hero Level 2 oder Bandit? Äh, Tyler, abknallen. Der wird schon schreien, wenn's einer von uns war. Du bist ja mit den Zombies hinter dem Rucksack bei, ne? Ja, ja. Der stirbt ja nicht. Ich hab den dreimal abgeschrieben. Jawoll. Schön. Nice, sehr schön. Feuer werden die ihm abhauen? Das war der Camper. Haben wir allen den Loot hier wieder? Äh, ne, ihr solltet noch nicht abhauen, weil unsere Jungs nur nie sieht das gut. Naja, dann warte mal. Ihr Positives verschwindet. Ich versteck mich irgendwo. Versteck dich, Pussy. Ich glaub, Kus Tomo. Wir sind gleich wieder da. Naja, Alex, ich hab den Plan. Jetzt soll mich hier in den Raum abschießen, Maxo. Okay. Also alle, die wieder mitgenommen werden wollen, Beilaufsbauen bitte. Ich seh ihn nicht hier rechts. Ein Schuss mit der Marker auf der Sack in Kurpech. Wo ist'n der? Schuss. Wo ist'n der? Ich hab nur noch einer in den SSD-Schuss. Äh, lass es. Backen E. Sie sind cold. Keine Masse. Simon, wo ist'n der? Na, ich guck mal nach hinten weiter. Ähm, wenn du die Straße herfährst. Direkt erste Baumreihe. Baut jetzt keine Scheiße bitte. Viele EE-Leute sind da noch da? Versteckt sich hinter nem Baum. Weiß' das jemand? Also rechte Seite. Ja, aber wenn die kommen, kommen die fully equipped. Weil die über die Base laufen. Äh, der Googie Modding wird jetzt noch herkommen. SUV ist kein Backmaster, oder? Nein. Ich bin frei. Äh, kannst du mir mal kurz an eine Deckung geben? Ich guck mal, der Feuerwehr auf dem Reifen dran ist. Ich hab'n Reifen, ich hab'n Reifen dran. Okay, dann ist gut. Der abgebaute von mir. Sieben EEs. Alter. Bitte. Achso, schnellst du den SUV mal raus fahrbereit hin? Ja. Einen hab'n ich wiedergebracht, zwar Blizzard. Drei müssten tot sein. Ich hab'n eine EE getötet. Alex, bist du oben auf der Feuerwehr? Schöne Beiler. Ne, ich bin nicht bei der Feuerwehr. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Und der ist grad oben auf der Feuerwehr? Alter, war das knapp. Wo war er? Äh, ist, ist da oben. Äh, der Bandit da vorne an der Feuerwehr, ich würd rechts rum gucken. Ich brauch'n unbedingt n' Blatt weg. Da kommt n' Pickup, äh, nach Copic gefahren. Das bin ich, das könnte Tobi sein. Er war nicht ganz alleine. Ne, ich bin noch hier. Aber ich brauch'n unbedingt n' Blatt weg und ich bin gleich tot. Ja, dann kommt's zur Burg, dann können wir da jetzt gehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Kann man ja fragen, ob Tobi der Pickup ist? Ich weiß, dass hier noch mehr von denen unterwegs sind. Natürlich, die sind wie ein Käfer. Warum immer wieder? Ich hab' ne PKM gehabt. Ich hatte so'n Glückmünn. Ja, eben hat er was anderes gehabt. Es gibt ein Gegenmittel gegen das E-E-Bos. Es nennt sich Manu. Ne, es nennt sich Macker-Werfe. Macker-Werfe. Oh, jetzt wird er wieder auf mich geschossen. Stimmt wieder, Tobi. Wer schießt der denn auf dich? Ja, der ist dumm. Der ist total pissiger worden, spielt jetzt nicht mehr, oder was? Nö, der spielt halt für sich alleine und weiß dadurch nicht, was wir an Aachen. Und knallt dadurch ständig unsere Leute ab. Warum spielt er jetzt auf einmal alleine? Und an einem Konzester. So. Hier in meinem Rucksack. Ja, da ist ein Zombie. Hinter dir. Töte ihn. Geht er wieder hin. Komm mir hin, die Zombies rennen irgendwie nicht drüber. Ja. Dehmeer. Dehmeer. Alter, wie viele sind denn hier noch, verdammt? Geh mal hier. Toll. Ich bin in Fighting, wie komischerweise? Ja, da steht Zombie hier unten. Fiese. Logischerweise. In meinem Rucksack. Dehmeer, Neidwischen und links. Wo war denn der? Mitten im Wald. Dein Bloodpack hat er... Ah, Mann, jetzt pack ich hier alles rein. Heilige Scheiße, Eintreffer von der Macker und ich bin tot, glaub ich. Ich weiß gar nicht, was ich alles mit hatte. Ich hab auch nicht nur jetzt zweimal dran. Meistens meint, ich hab nur da in dem herkram genommen. Hier, Night Vision gehört dir, Map gehört dir, M9GD, GPS gehört dir. First, Box of Matches, Binocles. Hier, da... beiden Morphium gönnt dir. Zwei Stück. Ich hab eins von der anderen Leiche gelootet. Ja, können Sie ruhig auch sein. E-M-E, Mila, kill it by Phos. Oh, schönen Trikit. Schön mit der Macker raufgetötet. So, ich bin jetzt Bandit Level 1. Ich hab nur die Munition gerade. Ich hab jetzt den Russen-Scan. Äh, Wolf? Ich bin auf der Weg nach Biloff. Ich bin jetzt auf der Doppelstraße. Ja, hol mich in Kopf, ich hab. Aber pass auf, wenn du vorbeifährst, ist links einer im Wald oben. Danke, danke. Von den Biloff ist der Pick-Up. Von dir aus links oder von mir aus links? Von dem Biloff ist der Pick-Up. Links von dir aus gesehen, Wolf. Oh, möchtet ihr mehr noch ein Bloodpack geben? Ja, ich hol welche. Ja, ich hab keines mehr. Ja, ich hab keines mehr. Wenn ich in der Wood bin, kann ich auch welche verteilen. Ihr wisst schon, was ich hier gerade mache, ja. Dass ihr euer Loot einsammeln könnt und euch da verpisst. Ich hab meinen Loot, wir haben unseren Loot. Ja, ich hab einen Loot. Ja, ich hab einen Loot. Nee, geht um die Leute aus der anderen Gruppe. Äh, wer möchte eine M4... Asoc GL oder wie die heiß haben? Ganz weg schon mal, die Scheiße. Auf jeden Fall müssen wir uns beeilen, dass wir einen Positionstex wieder langsam kriegen. Blut von Wald. Oh Gott, Alter. Wer läuft denn da gerade in die Burg rein? Die Burg rein mit Ansage. Wer läuft gerade in die Burg rein? Okay. Wer läuft gerade in die Burg? Das ist der Gilly, ne? Das ist Bloodwork. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Fuck! Schieß ein! Ich stehe ihn weg, Wolf, das bin ich. Ich laufe schon zu dir hin. Nick, wo bist du? Ich wollte nicht von Zombies dabei geschlagen werden. Wer denn? Ich denke überhaupt noch da. Ja, hier auf dem Board. Wo bist du noch, ne? Gib mir mal bitte, hast du Bloodpack im Rucksack? Ja, ich bin am Shop. Ja, ja, ja. Warte. Du, der, der auf der Straße läuft, der Wahnsinniger. Das bin ich. Ich bin der Wahnsinniger. Ich bin der Wahnsinniger. Wir haben jetzt die Leichen von den Looten. Hast du's? Ja, ja. Wollen wir hier abkommen wieder? Es ist ein Trinkrad was? Ich darf nicht einsteigen. Warum schießt du auf die Feuerwehr? Weil ich nicht einsteigen darf, aus Frust. Na, noch so einer, der schießt. Was haben die denn hier? Warum ist denn hier in der Feuerwehr? Ich seh die Feuerwehr gerade gar nicht. In Bielow ist gerade so ein MG-Auto. Das kann aber nur nach vorne schießen. Was ist das denn? Alter, was los oder was? Ja, lass verpissen. Die kommen eh wieder mit Fullyköp und wollen uns ausräucheln. Oh ja. Die Feuerwehr nimmt dir bestimmt mit, ne? MG-Auto. Ey Leute, fahr doch nicht mit mir vorbei. Der war im Shop im Supermarkt. Braucht das ein Kreuz? Ich versuche runterzufahren. Die sind lauter Coyote-Backpacks und so. Ja, der ist schon ein SUV und kein... Denk dran, genau wo du jetzt hier lang fährst, ist noch einer, ne? Der ist so tot. Stopp. Ja. Freifahrertür. Fahr am besten runter an die Küste. Während sich jetzt ganz so sich endlich auszurüsten in ihrer Base. Gut, ich seh die Häuser, richtig? Siehst du so? Ja. Neul. Alter, war ja richtig nah. Die haben die Action hier oben nicht gehört? Ja, nicht stehen bleiben, Maxo. Die haben ja gesagt die ganze Zeit, die sollen sich verpissen. Weil's denen auf den Sack geht. Also da oben ist jetzt... Ich baue ja ordentlich meine Häuser in der Nähe von Marty. Ja. Zack. Hauptsache ich hab ne Uhr gekriegt. Yeah! Dafür hat's sich doch gelohnt. Ähm... Wer läuft hier durch den Wald? Eben Abend. Nur, nur dass ich's weiß. Du Idiot, wir sind auch Helden! Oder? Nein, das war's. Oder? Ob ich wird geschossen? Habt ihr gehört? Da wird geschossen bei euch. Was? Die Schuss. Haben wir nicht gehört. Ja, ihr werdet eingeschossen. Schauen wir da. Alex, kommt runter, der Tobi schießt hier wieder scharf. Ah! 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 Dann lass mal sofort wieder Teamsteak wechseln, wenn wir jetzt noch weiterfalten. Ja, ich bin... Ja, pass mal rein. Hier ist noch eine. Wir sind ja eh nicht mehr da. Wir sind schon... ... alle Noobloid. Da kommen sie. Jo. War doch witzig. Äh... Was soll vorher mitgehen lassen? Dann... Ähm... Warte, warte, warte. Äh... ... und ein M240-Bellet für die MK-Mod M240. Ja, ich bin... ... und ein M240-Bellet für die MK-Mod M240-Bellet. Ja, ich bin... ... und ein M240-Bellet für die MK-Mod M240-Bellet. Es hieß es Clear. Ja. Wenn Clear ist, kann man noch wegfahren, oder? ... ... ... ... ... ... ... Na dann müssen wir wieder rüber gehen. Ja. Ich bin nur rumgechillt, da war doch keiner mehr. Ja, aber die sind wieder da. Oder? Logisch, deswegen haben wir ja gesagt, wir sollen so schnell wie möglich abhauen, weil die da die ganze Zeit wieder hinlaufen. Egal, egal, egal. War Gantara da eine Weiche an der Mauer? Wo ist der Clown, verdammte Scheiße. Und die Zirkus? Wird da hingehören, aber da ist er nicht. Der ist ausgewüxt. Machen wir direkt wieder reinfahren? Sicher, dass ihr euch nicht gerade mit den Leuten bettelt, die da leben, da ohne Häuser, die 10 Meter weiter sind? Äh, glaube ich nicht. War eine gute Waffe, die auf mich geschossen hat. Ja. DMR M14. Ja, das sieht aus. Wie schaffen wir das noch, eure Sonnyhäuser zu bauen? Das magst du, ne? Wo ist eigentlich der Mike? Ich bin immer noch an der Burg. Ah. Ah, fuck, ich bin tot. Hallo? Alter. Ah, was ist das Pisschen, Rain? Wo warst du, Manu? Wo warst du? Auf dem Stein. Der wird mich nupen wollen. Aber wo ist jetzt diese Antenne? An den Häusern unten, die gebaut sind. Bei dem Hero Level 1 Haus war ich auf dem Stein. Okay, lass runter zur Küste, über die Küste laufen. Hier, parkt hier unten in den Tannen. Oder hat er einen Stein hier unten? Ich laufe hier unten auch rum, ne? Ich habe euch gerade gehört. Ja, sollen wir laufen? Ich habe gerade geguckt, wo die Antenne ist. Wollte, steigt jetzt ein, das sind ein Kilometer, die laufe da jetzt nicht. Aber von dir könnte man sogar snipen, mit dem ja. Aber das ist die zweite, ne? Die nördliche Antenne. Schuss. Geh mal weg, ich kann nicht nach hinten. Der ist da hinten irgendwo. Lass hinter den Stein gehen. Zwei mindestens. Echt, einen Stein willst du? Na hier, der Riese. So. Wir müssen uns hier runterbacken und sterben. Okay. Ich muss eh schon wieder nach dir laufen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.